Yo, 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 willkommen zu einem neuen Video und einem neuen Best-of-Zusammenschnitt aus einem Stream von mir auf Twitch, falls ihr nächstes Mal live dabei sein wollt, unten erster Link in der Beschreibung ist mein Twitch-Channel verlinkt, wir haben immer sehr viel Fun zusammen, auf jeden Fall lade ich hier immer die Best-ofs hoch, danke an Buck fürs Cutten und viel Spaß beim Video. Da ist es schon gut, aber ey, das soll, achso, willst du es hoch machen? Okay, ich hätte es auf der gleichen Ebene gemacht. Gleiche Ebene, Bro. Wir können auch, wir können auch machen, dass wir, zum Beispiel, wir geht hier hoch und dann machen wir hier Glas, dann kann es so runter gehen, dann geht es wieder rund. So können wir das auch machen. Ja, wir können es auch richtig kompliziert und kacke machen. Gute Idee. Komm, sch. Und dann kommst du wieder. Ja, das war doch Birke, ne? Birke ist auch so ein geiler Frauenname. Ja, die olle Birke, ne? Ich sag noch zu der. Oh, mein Baum ist da hinten gerade gewachsen. Schön, ne? Du kannst hier stehen und wenn ihr langweilig ist... Ja, kannst du dich ertrinken gehen? Kannst du ja nicht, wenn du hier einfach runterspringst, ne? Da hinten, genau, wo ich hingucke, da ist jemand, oder? What the fuck? Was? Wer ist denn das? Was machst du da? Ich dachte gerade, what the fuck. Was machst du da? Nein. Der scheiß Ernst. Okay, ich komme jetzt ins Bett. Bei wem darf ich denn im Bett pennen? Bei mir, bei mir. Ich will neben Nick Beats. Let's go. Plaza. Jetzt guck mal nicht. Der... Annalol. Nein, jetzt geht es. Nee, ich hab da. Es blieb... Ja, gut, ich hab... Ey, ich bin Türke. Was hast du jetzt gegen Türken? Ich hab nie gesagt, dass ich was gegen Türken hab. Was hast du jetzt gegen Türken? Jetzt komm mal. Also, ich bin... Du bist so bescheuert, Alter. Wir sehen uns, Gäste. Du bist da ja nicht mal, Bug. Ja, und? Lass mich doch. Nee, ich lass dich gar nicht, weil das ist mies. Einfach nur, dass du da nicht bist. Was soll ich denn da alleine machen? Ja, keine Ahnung. Du weißt Bescheid. Ich geh dann... Ich geh dann mit meinem... Mit meinem anderen Freund Vic. Geh ich dann da. Wenn du nicht... Wenn du nicht willst. Jo, was geht, Vic? Wie geht's? Hast du noch genug Trinken im Keller? Ähm... Wird schon gefragt, ob du schon schneidest. Wie sieht's aus? Wie, du bist noch bei Outlast dabei. Nach Outlast schneidest du sofort diesen... Äh, diesen Stream. Der soll nächste Woche kommen. Nächste Woche kommt Outlast und der 12-Stunden-Stream. Ist das klar? Nee, alles gut. Ich sag ja nur. Ne? Kein Stress. Kein Stress. Ja. Jo. Hier, komm mal her. Back, back, komm mal her. Ich hab dir ein paar Kartoffeln gemacht. Back, back, back. Kannst du schon mal essen? Ich geh ein Freundschaftsarmband. Danke. Warum? Kannst du selbst essen. Hä, ich mach dir Potatoes und das ist der Dunk? Okay. Wer hat den Penis dahin gebaut? Leute. Ich hab gesagt, man soll nicht bauen, wenn ich da nicht bin. Was? Ich hab den nicht gebaut. Du hast den gebaut. Du hast den gebaut. Dann macht das MP da keine Pisser. Was steht da? Was steht da? Was steht da oben bei ich? Weg. Das steht, ey. Bibi, Cooper und Weg. Muska-In, komm mal runter. Back, back and stream, Alter. Was? Oh mein Gott, Alter. Ich kacke so hart ab. Das, das, das verspreche ich dir. Das hänge ich mir hier über meinen PC. Diese Donation. Das, das ist ja das Witzigste überhaupt, was ich heute gesehen habe. Da ist Fortnite raus. Dann stellt er doch Disconnect, ne? Shadow direkt, ohne zu sterben, Disconnect. Oh, nee. Darf ich noch einen Lama tun? Oh, Mann, ey. Der, das ist wirklich, das ist der Witzigste. Nein, was hab ich gemacht? What the fuck? Oh. Du kommst auf die Gamescom, Bruder. Ich. War das dick? War das so. Weg hat aber eine helle Stimme bekommen. Aber, okay. Mach nochmal, Shadow. Ich will das nochmal sehen. Shit. Oh, ich hab Schaden bekommen. Okay, jetzt versuch's nochmal. Versuch's nochmal. Versuch's nochmal. Nein. Ja. Oh. Pistol-Haddy, Alter. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Wo ist der Nick, Alter. Wo ist der Nick, Alter? Der ist nackt. Wo ist Nick denn? Nick, du musst dein Fallchen vorher öffnen. So. Das ist perfekt, Leute. Ich seh's schon, es wird nichts passieren. Ja. Epic Games-Mitarbeiter sitzen jetzt gerade so, sitzen jetzt gerade so in ihrem Geschäft, in ihrem Büro. Und ein Troll hat da so dieses, hat da einfach nur diese 20 Uhr irgendwo reingesetzt. Wollte gucken, was das auslöst. Jetzt ist er auf jedem Server und jetzt steht hier so vier Leute mit so einer Tribüne und warten, dass jetzt gleich was passiert. Und er denkt sich so, was für Keks, was für langweilige Keks. Bis gehen. Oh, Leute. Oh mein Gott. Was? Was? Wir stehen jetzt für ne Gümmeltomate da. Also. Bis dann. Ciao, ciao. Folg mir auf Twitch. Folg mir auf Twitch.